Morgen, meine lieben Tipperinnen und Tipper, ist hier in Saarbrücken beim Saarländischen Rundfunk Tag der offenen Tür. Ja, und auch wir öffnen die Pforten zu unseren heiligen Hallen des Glücks. Also, wenn Sie Lust auf einen kleinen Ausflug haben, sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Kugel Nummer 1 ist die 32. Ja, eingeladen sind Sie natürlich bei uns immer. Sie können immer hier zu unserer Live-Ziehung kommen, müssen sich nur anmelden auf saartoto.de und dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Kugel Nummer 2 ist die 30. So, jetzt mal zu den Lotto-Fakten von heute. Wir haben einen großartigen Jackpot hier, und zwar 37 Millionen Euro sind heute zu haben. Kugel Nummer 3 ist die 19. Und dennoch, trotz des großen gehaltenen Jackpots, konnten wir zwei Großgewinner vermelden. Freut mich wahnsinnig. Jeweils 750.000 Euro gehen raus. Kugel Nummer 4 ist die 36. Ja, es ist der 16. September. Und früher habe ich immer gelacht, wenn man gesagt hat, wenn der September mal rum ist, dann ist Weihnachten. Aber schauen wir mal in die Regale, da wissen wir, dass das wahr ist. So, Kugel Nummer 5 ist die 41. Und heute natürlich, wie soll es anders sein, geht ein ganz lieber Gruß raus zu Lotto Bayern, beziehungsweise nach ganz Bayern. Das Oktoberfest hat heute begonnen. Eine schöne Wiesn wünschen wir euch. Ich bin sehr gespannt, was Sie daraus machen, meine lieben Tipperinnen und Tipper, beziehungsweise unsere Superzahl. Und das ist heute die 2. So, dann schauen wir uns unsere eben gezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Zum Mitschreiben, hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 19, 30, 32, 36, 41, 46. Und die Superzahl ist die 2.